Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Samstag, der 29. Oktober 2022 und ich habe ein Video gemacht, etwas über eine Stunde zu verschiedenen politischen Themen, unter anderem, jetzt muss ich direkt mal nachsehen, worüber habe ich denn gesprochen? Elon Musk kauft Twitter, deutsche Großindustrie plant Abwandungen nach China, Ermittlungen um Frau von der Leyen und einiges anderes. Ich habe das aus Gründen auf meinem YouTube-Zeitkanal, auf Bitshoot und es wird automatisch, nee, es wird nicht automatisch, mir fällt gerade ein, ich muss es ja manuell machen, dass es so ein zweitkanal ist. Also es wird auch auf Odyssee sein. Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung, da manche immer noch nur meinem Hauptkanal hier folgen, aber von meinem Zweitkanal nicht so richtig wissen oder da nicht hingehen, weise ich hier als Teaser darauf hin. Wenn ihr da mal reinhören würdet, wenn euch das interessiert, dann vielen Dank. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende oder Wochenende überhaupt. Ciao. W Nom W W W W